Also ich glaube, wir sind generell ein wenig enttäuscht, weil wir schon Chancen über Plus hatten glaube ich oder viele Chancen hatten, die wir vielleicht ein bisschen besser nutzen konnten und wir hatten halt andere Ansprüche an uns. Wir wollten eigentlich heute mit drei Punkten nach Hause gehen oder zumindest hier bleiben. Hat leider nicht funktioniert, aber ich denke oder ich hoffe, dass es gegen Lübeck wieder klappt. Ja, ich denke einfach aufgrund der letzten Spiele, die wir halt nicht gepunktet haben, sind wir mit dem Punkt so weit zufrieden. Ich denke mit der roten Karte am Ende war es wichtig, dass wir da noch den Punkt bei uns behalten konnten. Ja, also ich finde, wir probieren jedes Mal Fußball zu spielen. Wir sind fußballerisch auf jeden Fall eine gute Truppe, wenn nicht sogar heute auch die bessere Mannschaft finde ich gewesen und ich denke mal, daran müssen wir ansetzen und wie gesagt, hinten standen wir gut, haben jetzt die letzten Spiele auch wenige Gegentore bekommen. Natürlich mangelt es bei uns bei Standards, dass wir schnell oder anfällig nach Standards sind und ansonsten müssen wir halt nur die Tore vorne nutzen. Ja, wir hatten uns einfach vorgenommen, aggressiv in den Zweinkämpfen zu sein, stabil in den Zweikämpfen zu sein, gut zu verteidigen, all das, was wir letzte Spiele ein bisschen vermissen lassen haben und das ist uns ja semi-optimal gelungen, sage ich mal. Also in der ersten Halbzeit hat Neustadt viele lange Bälle gespielt, wo wir nicht gut in den Zweikämpfen drinne waren. Dadurch haben wir Chancen zugelassen. Trotzdem über das ganze Spiel hinweg sind wir immer besser reingekommen und am Ende war es dann auch ganz gut von uns.